werden sie nicht ungehalten für die anmerkung eines bauernsohn er vergißt die achtung die er ihnen schuldig ist er war nie gewohnt hippolite bekümmert daß sich heftigkeit ins spiel mische mißbilligte theodors dreistigkeit doch mit einem blick der seinem eifer gerechtigkeit widerfahren ließ und fragte friedrich um das gespräch zu verändern wo er ihren gemahl verlassen habe der markgraf wollte antworten als man draußen ein geräusch vernahm da man aufstand nach der ursache zu fragen traten manfred geronimo und ein teil des gefolges die von dem was vorgegangen war etwas unbestimmtes vernommen hatten in das zimmer manfred ging eilig auf friedrichs lager zu sein beileid über dessen unfall zu bezeugen und sich nach den umständen des gefechtes zu erkundigen fuhr aber mit einem ausbruch des schreckens und entsetzens zurück und rief wer bist du fürchterliches gespenst ist meine stunde gekommen teuerster gütister gemahl schrie hippolite und schloß ihn in ihre arme was sehn sie worauf starren ihre augen wie sprach manfred atemlos siehst du nichts hippolite ist dies scheußliche schreckenbild mir allein gesendet warum mir ich habe dich nicht um gottes barmherzigkeit willen sprach hippoliten besinnen sie sich mein fürst fassen sie sich hier ist niemand als wir eure freunde ist das nicht alphonso rief manfred siehst du ihn nicht ist es ein bloßes traumbild meines gehirns dies mein gebieter antwortete hippolite dies ist theodor der unglückliche jüngling sprach manfred traurend und fuhr sich mit der hand über die stirn theodor oder eine traumgestalt er hat manfreds seele aus ihren fugen gerissen wie kommt er hierher wer kleidete ihn in waffen er ging glaub ich isabellen zu suchen antwortete hippolite bis dahin